Hallo, herzlich willkommen. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das recht viele Menschen betrifft, in der einen oder anderen Form, und zwar eine gewisse Angst vor der geistigen Welt. Als wäre das irgendwie unheimlich bedrohlich, wenn es um die geistige Welt geht oder um Jenseitskontakte, als wäre das irgendwie gefährlich. Und auch ich habe, also heute lustigerweise, davor Angst gehabt. Jetzt habe ich das natürlich nicht mehr. Es wäre etwas unpraktisch, wenn man als Medium arbeitet und das hat. Aber ich kenne dieses Hilfe-Spooky-Gefühl sehr gut. Ich kann mich auch noch an meinen ersten Jenseitskontakt erinnern. Das war damals mein Opa. Und ohne dass ich wusste, wie das eigentlich funktioniert, habe ich da eindeutig gespürt, dass er das ist. Heute kann ich das natürlich einordnen, aber damals war mir das viel zu viel. Und ich wollte mich ja nicht anpinkeln vor Angst, sodass ich ihn dann gebeten habe, wieder zu gehen. Und erst Jahre später, also im Zuge meiner Ausbildungen, im Zuge meiner Arbeit in der Praxis, ist mir dann ein Licht aufgegangen, was da alles dahinter steckt. Und das ist wirklich absurd, weil wenn man mal einen Jenseitskontakt erlebt hat bei einem Medium oder wenn man sich mit dem geistigen Team verbindet, also wenn man das mal macht, dann spürt man eigentlich eine unglaubliche Liebe. Das ist ein so wunderschönes Gefühl. Das ist das absolute Gegenteil von Angst. Also es passt überhaupt nicht zusammen. Und heute kann ich mich zwar noch an diese Angst erinnern, die ich hatte, aber sie kommt mir so unlogisch und wirklich unwirklich vor, weil diese Angstprogrammierungen überhaupt nicht zur Realität passen. Nur probiert man es sehr oft gar nicht aus, wenn man Angst hat. Beziehungsweise aufgrund von gespeicherten Angstprogrammierungen nehmen wir Dinge ganz verzehrt wahr. Und deshalb schauen wir uns heute mal der Reihe nach an, woher solche Angstkonzepte kommen können. Ich werde euch das anhand meiner Geschichte aufzeigen, aber ich weiß, dass das sehr viele Menschen betreffen kann. Weil es ist schade, so eine Angst zu haben. Es blockiert uns ja ziemlich effizient die Verbindung nach oben. Ein Teil hätte dann zwar gern diese Verbindung, aber der unbewusste Teil oder der Teil der Angst hat, der gewinnt. Weil wir nun mal als allererstes in Sicherheit sein wollen. Die gute Nachricht ist, man kann diese Ängste loswerden, diese Bedenken, aber wie so oft, zuerst muss man sich mal bewusst machen, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und da gibt es einfach einige Themen, die bei vielen Menschen auftreten. Ihr könnt euch das einfach mal anhören und währenddessen ein wenig nachfühlen im Körper. Wo gehe ich in Resonanz? Welche dieser Ängste kenne ich? Was könnten bei mir auch der Fall sein? Denn sobald man sie aufgedeckt hat, gehen sie einfach viel leichter weg. Weil was uns ja meistens Angst macht, ist ja auch dieses Unbekannte. Also das Unbekannte macht das ungute Gefühl. Und wenn wir wissen, was los ist oder woher etwas kommt, dann beruhigt sich das Ganze ganz automatisch schon viel schneller. Eine große Rolle bei diesen Ängsten können tatsächlich irgendwelche komischen Religionskonzepte spielen. Ich bin ja katholisch aufgewachsen. Also meine Eltern waren nicht wirklich katholisch, aber sie haben uns in die Kirche geschickt jeden Sonntag, um ihre Ruhe zu haben, glaube ich. Weil selber sind sie nicht gegangen. Jedenfalls, ich bin in Polen geboren und der Religionsunterricht dort damals, den haben Nonnen gemacht oder Priester. Also da nimmt man echt viel mit. Als Beispiel zu meiner Erstkommunion habe ich ein Buch bekommen. Das heißt, die Bibel für die Jüngsten ist aus dem Englischen übersetzt. Also nicht nur die Polen haben sich so etwas Tolles einfallen lassen. Das sind in einfacher Sprache Geschichten erzählt. Nette Bilder dazu. Und es fängt noch nett an mit der Erschaffung der Welt. Aber dann schon die dritte Geschichte. Adam und Eva haben einen Apfel gebissen und werden nun bestraft. Eh klar. Sie werden aus dem Paradies geschmissen. Gott musste das machen, denn sie waren ungehorsam. Also schon bei der dritten Geschichte kriegt man mit, Gott ist ziemlich streng. Aber das war nur die Aufwärmrunde. Also es ist alles wunderschön bebildert. Hier zum Beispiel. Gott hat den Menschen gesagt, was sie tun sollen. Aber sie waren ungehorsam. Also er hat sie bestraft und sie wurden von der Erde verschluckt. Sie sind in ein tiefes Loch gefallen. Alle sind gestorben. Und hier eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich habe mich eine Zeit lang gewundert, warum habe ich Angst vor Schlangen? Also auch das erklärt das ganz gut. Schau, was hier passiert. All diese Menschen sind sehr blass. Sie sterben, weil giftige Schlangen sie gebissen haben. Schau, wie viele Schlangen es hier gibt. Wie sind sie hierher gekommen? Die Menschen waren wieder einmal ungehorsam. Also musste Gott sie bestrafen. Und so geht das immer weiter. Diese Bibel ist eigentlich das reinste Gemetzel. Ungehorsame Menschen werden ständig bestraft. Das ist ja jetzt ganz lustig. Aber man muss sich ein bisschen vor Augen führen, was das mit einem Kind so macht. Also ich kann mich wirklich erinnern, dass ich manchmal im Bett gelegen bin und geweint habe im Bett, weil ich dachte, meine Eltern kommen in die Hölle. Weil die Nonne in Religion gesagt hat, wenn man nicht am Abend vor dem Bett kniet und betet, kommt man in die Hölle. Und nach dieser Lektüre war das für mich recht glaubwürdig, weil Leiden, Leiden, Leiden und Gott ist so ein strafender, überprüfender Typ. Wenn man etwas falsch gemacht hat, dann kommt man in die Hölle. Da wartet schon der Teufel. Denn in der Kirche kamen ja dann noch so Sprüche dazu während der Messen. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, meine Schuld und so weiter. Und das wiederholt man dann Woche für Woche. Und so fühlen wir uns dann klein. Und irgendwo da draußen ist eine mächtige Kraft, die uns bewertet und benotet und natürlich bestraft. Wenn wir nicht brav waren, dann kommt die ewige Verdammnis. Und das war jetzt nur die Bibel für Kinder. In der Vollversion tötet Gott fast drei Millionen Menschen. Und das ist jetzt wirklich mein Ernst. Es gibt da tatsächlich einen Typen, der hat das nachgezählt. Ihr findet den Link in der Beschreibung unten. Also der hat sich echt die Mühe gemacht, die Bibel von vorne bis hinten durchzusehen und das zu dokumentieren. Und er kommt auf über 2,8 Millionen Tote von Gott bestraft. Also eigentlich müsste ja Gott die Kirche verklagen wegen Rufschädigung. Als wäre er der total rachsüchtige Psycho. Weil genau dieses Bild kriegt man ja durch die Bibel vermittelt. Nur als Kind denkt man sich ja nicht, komisch, was die da erzählen. Anscheinend hat Gott Borderline und bräuchte einen wirklich guten Therapeuten wegen dieser ganzen Wutanfälle. Nein, man denkt sich tatsächlich, also okay, wenn ich also was tue, was Gott missfällt, passiert etwas Schreckliches. Ich werde bestraft. Und das macht natürlich Angst. Statt also die Liebe zu spüren, spüren wir eher Angst. Und in dem Alter kommt man ja auch nicht auf die Idee, mal nachzuschauen, wie ist denn die Bibel eigentlich entstanden? Ist das wirklich das Wort Gottes? Man glaubt das dann halt. Und auch wenn das hoffentlich bei euch in der Kindheit nicht ganz so absurd war, wir übernehmen da aber auch ganz viele Konzepte von unseren Vorfahren und auch vom kollektiven Feld. Also auch unausgesprochen sind da bestimmte Regeln oder bestimmte Verbote in uns gespeichert. Denn wir sind hier auch in einem kollektiven katholischen Schuldfeld sozusagen, das wirklich immer noch auf uns wirken kann. Man sieht das zum Beispiel daran, viele Menschen haben Angst vor dem Tod, wobei das eigentlich nicht wirklich Angst vor dem Tod selbst ist, aber vor dem, was danach ist, also vor dem jüngsten Gericht, vor irgendeiner Strafe. Und auch wenn jetzt das Jahr 2022 ist, ein Medium aufzusuchen oder ein Horoskop zu lesen, widerspricht auch heute noch dem katholischen Glauben. Ich meine, immerhin, man wird deswegen nicht gleich gesteinigt oder verbrannt. Also wir haben Fortschritte gemacht, immense Fortschritte, wenn man sich die letzten 600 Jahre so ansieht. Aber das Ganze hat eben einfach manchmal zur Folge, dass wir uns dann irgendwie nicht trauen, wirklich ganz mit der geistigen Welt Kontakt aufzunehmen. Dürfen wir das überhaupt? Was ist, wenn ich etwas falsch mache? Also wenn Gott auf mich aufmerksam wird, welche der Strafen ereilt mich dann? Sintflut, Blitzschlag, Erdrotsteinigung. Und manchmal denkt man sich so irgendwie, sterbe ich dann auch früher, wenn mich die geistige Welt sieht? Also so wie in der Schule, wenn der Lehrer kommt und jemanden aufrufen will, zur Tafel rufen, da versteckt man sich lieber und man schaut weg, damit er einen nicht entdeckt. Man will mit dem einfach nichts zu tun haben. Im ersten Schritt ist es also wirklich gut, sich in Ruhe diese Religionskonzepte mal bewusst zu machen, weil das alleine hilft schon mal, das alles neu zu bewerten und nicht als gegeben hinzunehmen. Und dann gibt man es einfach dorthin zurück, wo es hingehört. Das heißt, ihr könnt auch euren Vorfahren, wenn die Oma sehr gläubig war, all diese Glaubenssätze zurückgeben. Mit vollstem Respekt, wie in einem Ritual. Ich lasse es gelten, dass ihr daran geglaubt habt, aber ich lasse das bei euch. Und ich bin frei. Und dazu kann man sich vorstellen, wie das rausgeht aus eurem Energiefeld. Und auch der Kirche und so weiter könnte all die Rituale, all die Sprüche, all die manipulative Energie zurückgeben. Ich löse alle einschränkenden Rituale auf. Ich lasse alle Programmierungen los, die mich in irgendwelchen religiösen Konzepten festhalten. Und vor allem, ich erlaube mir direkten Kontakt zur göttlichen Quelle. Alleine damit fällt wirklich schon oft ein sehr, sehr großer Angstbrocken weg. Und wir können uns dem Nächsten zuwenden. Und dann werden wir etwas größer. Und wir haben aber da schon diesen furchtbaren, fruchtbaren, eigentlich eh furchtbaren Boden in uns. Und dann schauen wir bestimmte Filme. Und man braucht sich ja nur etwas umzusehen, wie allein der Tod dargestellt wird. Also nicht nur in Filmen, aber schon seit Jahrhunderten. Der wird ja eher so dargestellt und nicht so. Also auch der hat ein ziemliches Marketingproblem. Und was paranormale Phänomene betrifft, die ja eigentlich etwas ganz Normales sind, also das ist dann überhaupt schon der helle Wahnsinn. Ich sage nur Poltergeist. Also ich habe ja den Film nicht einmal gesehen. Aber für sensitive Menschen wie mich reicht wirklich nur die Vorschau. Und ich kann drei Tage lang nicht schlafen. In der Vorschau sieht man eh schon, was so alles passieren kann. Und es kommt auch ein Medium vor. Das ist die Dame im gruseligen blauen Kostüm mit einer total realistischen Stimme. Ich meine, allein die Stromkosten, die so ein Poltergeist anscheinend verursacht, sind ja schon beängstigend. Und es gibt wirklich eine ziemlich lange Liste von Filmen, in denen eben übernatürliche Kräfte angsteinflößend dargestellt werden. Voodoo, schwarze Magie, das ist alles dann irgendwie eins und alles eine große universelle Angst. Da passieren wildeste Dinge total gefährlich. Wenn wir also nach sowas an Kontakt zu Verstorbenen denken, kommt einem defaultmäßig im Gehirn eher ein Zombie entgegen, der uns etwas Böses will und nicht eine Welle von unendlicher Liebe. Und wenn es dunkel wird, denken wir dann natürlich eher an Dämonen als ein Geistführer. Und als Kind oder als Jugendlicher hat man ja auch manchmal komische Wahrnehmungen, die wir vielleicht mit niemandem besprechen können. Und wir können uns nicht austauschen, also landet das gleich in der Kategorie gefährlich. Also ich habe ja so eine seltsame Wahrnehmung, dass ich genau genommen alles gepixelt sehe. Also ich kann schon rein- und rauszoomen aus den Pixeln, aber ganz ausschalten kann ich das nicht. Und vor allem in der Nacht sehe ich das. Also da besteht, da machen diese Pixel so wie Farben und Formen. Und lange Zeit dachte ich auch, dass alle Menschen das haben. Aber vor allem habe ich das oft recht beängstigend erlebt, weil diese Formen wollen wir sicher etwas tun. Nach dieser Lektüre und diesen Filmen, also das ist ja sicher ein Dämon. Ich darf ja nicht den Fuß unter der Bettdecke rausschauen lassen. Also das hatte ich wirklich. Ich musste mich immer ganz mit der Bettdecke zudecken, dass ja kein Fuß raussteht. Weil, wie man weiß, genau da attackieren ja einen die Dämonen. Aber wenn die Bettdecke drüber war, dann habe ich gut geschlafen. Im Nachhinein muss das natürlich ein ziemlich lascher Dämon gewesen sein, wenn eine ganz normale Bettdecke dem das Handwerk legt. Aber, na gut, gegen unlogische Ängste helfen nun mal unlogische Gegenmittel. Aber auch in diesem Bereich ist es gut, sich all dieser Filme, dieser Konzepte bewusst zu werden und zu sagen, okay, danke Hollywood, vielen Dank für diese Filme, aber ich schicke euch all die Bilder, all die Glaubenssätze und die Emotionen wieder zurück. Das sind nicht meine, die entsprechen nicht meiner Wahrheit. Und auch zu diesem inneren Jugendlichen, der sich das alles reingezogen hat, zu dem sagt man, das war vielleicht ein Blödsinn. Das kannst du echt wieder vergessen. Du bist jetzt in Sicherheit. Du brauchst keine Angst haben. Das hat man dir nur so in den Kopf gesetzt. Schau, wir schicken das alles wieder retour. Also auch da, wie in einem inneren Ritual, schickt ihr das quasi nach L.E. zurück. Und was da auch manchmal hilft, sich diese Szenen mal ohne Ton anzuschauen oder mit einer anderen Musik. Da merkt man auch, wie lächerlich das im Grunde ist. Musik ist nun mal auch Schwingung und die kann man zu unterschiedlichen Zwecken nutzen. Und gerade in solchen Filmen wird es eher in die negative Richtung verwendet. Wenn ihr die zwei besprochenen Sachen angeschaut habt, ist eigentlich ein Großteil der Arbeit schon getan. Es kann dann schon noch sein, dass irgendwie ein komisches Gefühl mitschwingt, wenn es um die geistige Welt geht oder die Verbindung nach oben. Da ist es gut, sich zu überlegen und auch nachzufühlen. Okay, was ist das für eine Emotion? Wie fühlt sich das im Körper an? Woher kenne ich das? Das kann wirklich noch etwas Altes sein. Manchmal auch eine Angst, ganz in die Kraft zu kommen. Also ganz in unsere Kraft zu kommen. Manchmal ist es wirklich so, dass uns gute Sachen unbehagen bereiten. Wenn es irgendwie nicht gut war, in der Kindheit ganz in unsere Kraft zu kommen, dann wollen wir das später auch vermeiden. Und manchmal hängt tatsächlich noch etwas aus einem früheren Leben oder auch eine Speicherung von den Ahnen, wo wir vielleicht diese Kraft missbraucht haben oder wo etwas schiefgelaufen ist, wo uns jemand verflucht hat oder verbrannt hat auf dem Scheiterhaufen als Hexe, weil wir uns damit beschäftigt haben. Wobei wir da wieder bei der Kirche wären, zufälligerweise. Jedenfalls auch, wenn etwas aus einem früheren Leben kommt, man kann das sehr gut in diesem auflösen. Und oft geht das auch alleine, dass man einfach sagt, okay, ich lebe jetzt dieses Leben, alle Speicherungen aus dem früheren Leben gebe ich jetzt zurück, dorthin, wo sie hingehören. Und wenn es nicht alleine geht, dann sucht man sich halt jemanden, der einem dabei hilft. Ein guter allgemeiner Satz ist hier, ich lasse alle einschränkenden Glaubenssätze und Speicherungen von früheren Leben los, die mir heute nicht mehr dienlich sind oder die nicht mehr zu meinem höchsten göttlichen Wohl sind. Ihr müsst oft gar nicht ganz genau wissen, was da dahinter steckt. Also es reicht oft, einfach das Gefühl zu spüren und das als Paket aufzulösen. Nicht unbedingt müsst ihr die Details wissen. Es reicht, aufs heutige Datum zu schauen und zu sagen, ich darf jetzt ganz da sein. Ich hole meine Energie ganz zu mir zurück. Wenn man diese Schritte, die ich gerade erzählt habe, mal durch hat und sich dann nach oben verbinden will, geht es schon meist viel, viel leichter. Und mit jedem Mal kommt man immer mehr ins Vertrauen. Man gewöhnt sich daran, wie schön das eigentlich ist, sich nach oben zu verbinden, was für eine Energie das ist. Und es lohnt sich wirklich, diese Blockaden und Angstkonzepte aufzulösen. Natürlich, da gibt es natürlich noch das Thema, weil wenn man sich so genauer überlegt, ist es schon ganz interessant, wie viele Strukturen uns ständig Angst machen wollen vor etwas, was eigentlich wunderschön ist und uns in die eigene Kraft bringt. Das ist schon wieder so ein seltsamer Zufall. Aber für heute habe ich mich schon unbeliebt genug gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Viel Freude beim Ängste auflösen und alles Liebe. Hallo? Okay, das war jetzt wirklich ein bisschen spooky. Moment. Moment. Moment.